J.L.M. Und wo ist der Rest unserer schönen Gruppe? Bitte. Ich werde sehen, was ich tun kann. Geh mich zu ihm. Oh, sehr gut. Er ist ein guter Mann, Burnham. Und ich habe ihm nur eine Kleinigkeit belogen, was Clementine nicht mein Kind ist, aber fast. Oh, meid, honey. Du wirst alles gut sein. Lee brachte einen Doktor. Okay, schauen wir ihn an. Ich arbeite besser ohne eine Publikum. Warum findest du nicht deine kleine Mädchen finden? Clementine. Clementine? Where are you, Clementine? Clementine, you in here? Where is she? Clems' drawings. Aber wo ist sie? Sie hat uns gezeichnet. Ich kann mich jetzt da nicht hinsetzen, jetzt wo ich Clementine noch nicht gefunden habe. Suchen wir mal die Zimmer ab. Clementine, are you here? Schlafzimmer, Schlafzimmer, klingt sinnvoller als Badezimmer. Hallo? Was machst du? Oh, du weißt. Einfach rumschrauben. Du findest nichts finden. Wir haben bereits das Ort gefunden. Du wirst überrascht, was die Leute missen. Wer ist Clementine? Don't ask me, I'm not her keeper. Hey, do I look like I'm in the mood to be jerked around? Where did she go? Last I saw, she was downstairs with your redneck friend and that college kid who hangs around with them. Why don't you go bug them? Ist sie okay, raste nicht. So, dann gucken wir doch nochmal ins Bad. Man weiß ja nie. Jetzt machst du dir die Tür mal zu, anstatt einfach rein zu gucken und dann zu merken, hier ist sie nicht und fertig. Das andere wird ja nur wieder ins Schlafzimmer gehen, von daher muss ich da nicht reingucken. Clem? Clementine? Wo ist sie? Clementine! Komm raus, bitte! Kenny? Oh, hey, you made it back. Good job. Good job. What the hell do you think you're doing? What does it look like? Where'd you get the bottle? Found it. You wanna throw down again, like back on the train? Cause I fight better when I'm shit-faced. Kenny, come on, give me that. Kenny, give me the damn bottle. Get the fuck away from me. Getting wasted is not gonna help anyone. Yeah? Well, what is? We are fucked. Molly said there's not a single boat left in Savannah. No way out. We got walkers all around us. That crazy fuck on the radio messing with us. Hell, if now ain't the time for a drink. Where are you? Where are you? Where are you? Clementine? Clementine! Clementine! And now... It's dark. Why not? Why not? The door is covered in pieces. I don't think anyone came through there. Yeah, who knows? What the hell happened back here? Yeah, I'm sorry. That's what it looks like man is getting through. ... so small as something looks like mukfri is looking. Oh... Clementine, ich habe dich gefunden! Ja, was ist da? Ein Boot! Nice! Ja, aber schlecht geplündert ist meine Garage, da gucken wir doch mal rein, oder nicht? Wir haben ein Boot! Holy shit! Ich versuche... Und Vernon will jetzt wieder gehen! Und Vernon will jetzt wieder gehen! Omid ist okay? So gut wie kann man erwartet, unter den Umständen. Ich habe das, was ich konnte für ihn. Ich versuchte die Wälde, aber er hat eine wirkliche Infection. Er ist ein Fieber. Und ohne Antibiotik, ich... Wenn du nicht aufhörst, hast du alle nervös. Warum bist du sogar noch hier? Hey, wenn dein Freund wirklich kann das Boot arbeiten, du hast mich mit dir als Payment, um zu retten zu retten. Ich denke, das ist gut genug, nicht wahr? Will? Willst du die gute Nachricht, oder die schlechte Nachricht? Die schlechte Nachricht als erstes. Die schlechte Nachricht ist, sie hat uns nicht irgendwo in der Form, in der sie gerade ist. Der Gas-Tank ist öfter und die Batterie ist tot. Also, was ist die gute Nachricht? Das ist es. Das ist alles, was sie braucht. Etwas Gas und eine Batterie. Außer davon, sie ist gut zu gehen. Wie müssen wir diese Sachen bekommen? Es scheint, wie Crawford ist der einzige Ort, der hat alles, was wir brauchen. Vielleicht sollten wir da versuchen. Jetzt, warte mal ein Moment. Wahrscheinlich müssen wir da versuchen? Wenn es in dieser Stadt gibt, die immer noch жив sind, die immer noch haben, was es gibt? Wie kann es das tun tun, um zu fragen? Trust mich, diese Leute nicht wissen, ich weiß. Du bist mit einem Wounded-Mann mit einem Wounded-Mann? Kannst du lieber eine Neuse auf seinen Kopf legen. Ich glaube, sie sind nicht genau die Kinder mit einem Wounded-Mann mit einem Wounded-Mann. Was ist das für ein Ort, was wir hier sprechen? Das Schlimmste? Aber ich weiß nicht, was andere Auswahl wir haben. Und wie genau du denkst, dass wir das tun tun? Weil, von dem ich gehört habe, das Ort ist nicht ganz freundlich für Outsiders. Das macht es schrecklich. Das muss man da sein. Da muss man da sein, dass wir da nicht entdeckten können. Vielleicht gibt es ein Weg. Ich weiß, das Wasser-System, die unter dem Crawford läuft, wie die Hände von meiner Hand. Ich weiß nicht, dass ihr ein Wounded-Mann haben. Ja, in der Wahrheit. Ich glaube, dass ich uns durchführen könnte, dass wir unter dem Perimeter gehen können, und direkt in den Zentrum, wo sie ihre Supplieren halten können. Wir kommen direkt unter ihnen, nehmen sie mit Überraschung, holen sie was wir brauchen, und rauskommen, bevor sie sie sogar wissen, was sie hat. Das ist eigentlich nicht die schlimmste Idee, die ich gehört habe. Ich meine, es ist knapp, aber ich weiß nicht. Vielleicht könnte es... Ich habe gedacht, dass wir das nicht mehr Menschen tun können. Aber ich denke, dass wir alle zusammenarbeiten können, wir können es ausführen. Und was willst du in der Rückkehr für all diese Hilfe, die du hast? Crawford nicht nur haben, was du brauchst für dein Boot. Sie sind auch sehr gut mit Medikationen. Medikation, die meine Leute nutzen können. Wir können das machen. Wir müssen das machen. Wir müssen das machen. Also, wir entscheiden, dann? Wir gehen nach Crawford? Anyone else haben einen Problem mit diesem Plan? Denn wir brauchen jeden von uns, um das zu holen. Mann, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich das sage, aber ich würde lieber eine Chance machen, auf etwas zu tun, als nur sitzen da draußen, und warten zu sterben. Das Boot da draußen ist eine Antwort. Ich muss nur ein bisschen weiter. Du bist in oder aus? Ben, du hast schon so viel verhauen, das darfst du nicht verhauen. Ich werde meine Leute wissen. Ich gebe euch alle eine Chance, um sich vorbereiten. Ich werde zurück, vor der Mittwoch. Sei vorsichtig. Das ist so, dass ich immer noch leben bin. Ich sagte, dass du in deinem Boot bleiben musst. Wie lange hast du dort gewesen? Ist es gefährlich? Das würde es gefährlich sein.